Hallo, ihr fantastische Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropanner quätsig und heute, heute haben wir was besonderes und zwar der Steffen, viele Grüße an dich, hat sich Steven Seagal is the final option gewünscht. Warum ist das was besonderes? Ich meine, Lizenzgurken gibt es ja viele. Dieses Spiel ist offiziell nie erschienen. Das ist das Besondere daran. Das ist wirklich ein Prototyp, der weitestgehend funktioniert und ausgegraben wurde, ist aber nie richtig veröffentlicht worden. Das heißt, es wird scheiße sein. Davon habe ich auch schon viel gelesen, beziehungsweise bei meiner kurzen Zwei-Minuten-Recherche gesehen, dass auch bei manchen als das schlechteste Super-Nintendo-Spiel ever gegolten wird, aber die wirklich haben es ja nicht veröffentlicht und deswegen, vielleicht hätten sie da ja noch so ein bisschen Feinschliff gemacht, aber ich will sagen, wir schauen einfach mal rein, Freunde, oder? Also so an sich sieht es ja schon relativ, ja, fertig aus. Ich meine, hier Soundeffekte sind da, Grafiken sind da, sieht doch alles okay aus, würde ich sagen, oder? Okay. Target 1, Stage 1. Story, keine Ahnung, wie sind Steven Seagal und müssen uns durchkloppen? Ach du Scheiße. Okay. Okay, also die Charakter-Sprites sehen, also sieht wieder Steven Seagal aus. Also der berühmte B-Movie-Action-Held, würde ich mal sagen. Aber so richtig B ist es ja auch nicht. Ah, die sind hier auf jeden Fall diesen Trend gegangen, der Mitte 90er, digitalisierte Grafiken zu nehmen. Mortal Kombat hat ja den Trend irgendwie losgetreten. Das Problem ist, ihr seht, wie lange der braucht, um sich umzudrehen. Und sowas hasse ich, wenn so quasi die Optik und Animation über die Spielbarkeit gesetzt wird. Und ich frag mich, der hat doch eine... Ich dachte, die ganze Zeit, das ist ja so seine Haltung, ne? Ich dachte, der hätte immer so eine Schrotflinte in der Hand. Ich dachte schon, der hat doch eine Waffe in der Hand, warum schießt der nicht? Aber hier nur mit dem Schwarzen, so vom Halten her, oder habe ich jetzt irgendwie gerade die falschen Assoziationen. Ich bin mir unsicher. Okay, was können wir noch? So, LR. Ah, okay. Wir können eine Pistole ziehen, aber hat er da? Doch, doch hat er da eine. Okay, probiert. Also mit LR, also mit der Shooter-Taste ziehe ich die Pistole. Dann muss ich nochmal drücken, denn schießt er. Okay. Ah, mit der linken Schulter-Taste wirft er seine Wurfmesser. Ansonsten habt ihr hier Tritt. Okay, ist dasselbe Knopf. Schlag. Seine coole Handkantenschlag. Das ist Block wahrscheinlich. Und das ist hier nach vorne springen. Keine Ahnung. Okay, äh, da müssen wir jetzt irgendwie durch. Okay. Okay, also es sieht schon wirklich albern aus, ne? Okay, die Gegner, die machen gerade nix. Zack, zack. Ähm, das mag natürlich auch an dieser Prototyp-Version liegen, ne? Aber ich glaube, da wäre auch jetzt mit Feinschliff nicht viel draus geworden, mir fürchte ich. Ach, da ist... Oh Gott. Ist, ist, sag, 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 bloß, das ist die Sprung-Taste. Und ich muss jetzt genau gucken. Kann ich da irgendwie drüber weggehen? Ach, das ist nur so ein... Okay. Also Sprung ist schon mal, kann man sagen, nicht die Stärke des Spiels auf jeden Fall. Okay, ähm. Die Musik, die wäre wahrscheinlich sogar so geblieben, die ist halt... Ja, okay. Ja, komm, ja. Ja, dreh dich um. Das ist halt kacke, ne? Wenn, 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 wenn ein Baby-Lolli zu klauen, wollte ich gerade sagen. Und sprang in seinen Tod. Was ist das denn hier jetzt? Ah, okay. Bah. Ich schieße jetzt einfach alle über den Haufen. Aber das ist ja auch geil, ne? In einem Prügelspiel so eine übermächtige Waffe hätte ich irgendwie einsammelbar zu machen. Ähm. Sondern gleich... Also hier, das Level-Design, das sieht man ja jetzt schon. Für ein Prügelspiel sich immer so nach oben kämpfen zu müssen, das ist halt Mist. Und das Gegner hier, hier ist auch so ein Wissenschaftler, der original mit so einem Klemmbrett da steht. Ah, herrlich. Und das Springen ist wirklich scheiße hier. Das kann natürlich sein, dass das jetzt teleportieren hier, machen wir mal fairerweise hierhin, so quasi das Entwickler-Tool ist, ne? So, ähm, zum Testen. Okay. Ich geh jetzt doch auf den Fahrstuhl. Ähm. Geht nicht? Okay. So. Halt, bleiben sie stehen. Puff, puff, puff. Hey, sieh da. Oh. Ich wollte gerade, ich wollte hier gerade einen Witz mit den Wissenschaftlern machen. Mensch. Hm. Ah. Okay. Der fährt nach unten. Ich dachte, nach oben, komischerweise. Ach, das war's schon. Ja, aber man sieht ja schon beim Levelaufbau, so hier, diese klassischen Brawler. Da kennt man sich ja eigentlich von nix, da recht so gut ist, ne? Man kann sich hier echt ewig drehen. Und das hätten sie nicht verbessert. Jede Wette. Das hätten sie nicht verbessert. Okay. Ne Aufhebeanimation gibt's. Okay. Halt. Bleiben sie stehen. Bäm. Hey, sieh da mit dem Klemmbrett. Bleiben sie stehen. Nicht? Puff, bäm. Ist ja gerade hier, ich weiß natürlich nicht, wenn das Video erscheint, der Corona-Videos wird wahrscheinlich, schon Virus. Nicht Videos. Wo ich mir eigentlich nur... Ach, glaub. Durch den Prototypen habe ich unendlich Munition, ne? Okay. Gut, das ist wieder Grafikfehler. Das nehmen wir mal hin. Prototyp. Das würde ich jetzt nicht, äh, kritisieren. Also ich, ich versuche jetzt mal ab und zu zu prügeln, ne? Weil nur jetzt mich durchschießen, das, äh, empfinde ich denn doch als etwas zu billig. Selbst für mich. Ja. Selbst für mich. Aber hier, dass man immer so nach oben läuft. Das ist irgendwie... Weil die, die Attacken sind ja alle seitlich. Das ist irgendwie bescheuert. Hey, sieh. Hey. Das Schießen ist halt super sperrig, dass man sie erst ziehen muss. Ich meine, irgendwie ist es logisch, aber... Äh, hier, okay. Bla. Ja! Wo kommt ich denn jetzt her? Und? Stehen bleiben! Tuff, tuff! Polizei! Ich hab so eine unendliche Munition. Super. Zack. Ach, ich wollte ja hier mal den Ninja-Stern. Was ist das denn hier? Bleiben Sie stehen! Polizei! Ist da der Polizist? Keine Ahnung. So, aber auch hier so. Ha, 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 herrlich. Zack. Aber angreifen kann er nur... Zeitwärts. Weil ich das richtig sehe. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass man irgendwie gefühlt die Hälfte der Zeit von oben nach unten und nach oben läuft. Hm. Sag mal. Stirbt er hier auch mal? Stehen bleiben. Hilft im Zweifel immer. Im Zweifel über einen Haufen Schieß. Also cool so. Was haben wir hier? Das müssen wir benutzen. Oder halt ins Nichts springen? Ne? Auch immer gerne gesehen? Hm. Oder war da eine Tür, wo ich rein musste? Ich bin mir gerade unsicher. Nein, da sind nur Skelette. Aber Killermusik. Piu. Komm her. Ich werf dich ab. Wie ist hier? Das Geräusch, dass ihr nämlich irgendwie zieht wieder auf Mahn. Aber gab's auch irgendwie. Hm. Wie so ein Geräusch, eine Waffe oder irgendwie sowas? Kann das sein? Oder haben wir gerade die falschen Assoziationen? Hm. Hm. Ich weiß nicht, wo es weitergeht, ehrlich gesagt. Bleiben Sie stehen! Und... Piu. 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 Piu Idee her. Also, das hätten sie nicht machen müssen, würde ich sagen. Das ist gar nicht so verkehrt. Hätten sie nicht machen müssen. Ist ein netter Spin. Ja, irgendwie geht es hier nicht weiter, würde ich sagen. Aber ich habe jetzt diese komische Drohne oder was das war, eingesammelt. Ja, also ich weiß, das schlechteste Spiel, also ich glaube, es wäre auch, selbst wenn es fertig geworden wäre, veröffentlicht worden wäre, wäre es kein gutes Spiel geworden. Das sieht man ja schon an den Animationen und so weiter. Das hätten die sich ja nicht irgendwie geändert. Wie gesagt, dieses Teleportieren, das wird wahrscheinlich so Entwickler-Tool mäßig sein. Gegner sind halt ein bisschen bescheuert. Level-Design ist halt, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist ganz gut, dass sie es nicht veröffentlicht haben. Aber das schlechteste Super-Internos-Spiel weiß ich nicht. Man kann ja halt nicht sagen, es wurde ja nie veröffentlicht. Man weiß es halt nicht, was hätte sein können. Ist halt ein bisschen bescheuert. Ein bisschen Feinschliff wäre es wahrscheinlich ein okayes, kein gutes. Das Spring. Das Spring ist halt wie aus der Hölle. Weil man nicht die Reichweite steuern kann. Kein Scheiße. Ich weiß nicht, ob sie das geändert hätten. Da haben sie stehen. Hey, sieh da über den Klemmbrett. Sie haben die Corona-Videos. Äh, Virus-Videos. Gott. Oh. Nö, hab ich nicht. Puff. Okay. Ähm, ja. Es wird so weitergehen. Also Steuerung ist, naja, es ist halt dieses typische digitalisierte Animation-Blah-Problem. Ja, ist kacke. Aber wie gesagt, ist ein Prototyp. Deswegen versuche ich, ich versuche immer so ein bisschen versöhnlich zu sein, ne. Aber auch hier würde ich sagen, man weiß es ja nicht, ne. Es hätte ja okay werden können. Aber glaube ich nicht. Aber, mir reicht es auch. Das ist langweilig einfach. Aber ich hoffe, ich hätte wieder so Spaß dran. Genauso wie ich beim Erforschen von Prototypen. Hat man auch noch nie. Und vielen Dank für diesen Wunsch auf jeden Fall. Falls ihr auch Wünsche habt, einfach in die Kommentare rein. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben.